Wir präsentieren Ihnen unseren elektronischen Dosierer, der Dosierungen zwischen mindestens 20 Gramm und maximal 10.000 Gramm mit einer Präzision von plus minus 3 Gramm durchführen kann. Die Stundenleistung beträgt circa 350 Gläser mit 500 Gramm. Heute stellen wir Ihnen das Gerät in Kombination mit der Ladevorrichtung mit 625 Millimeter vor. Wir bieten auch die Version nur mit ebener Fläche oder Ladevorrichtung mit einem Durchmesser von 1000 Millimeter an. Der Dosierer wird mittels Siemens PLC mit Videotouchscreen gesteuert. Das Gerät kann sowohl für die Klärung wie auch für das Abfallen verwendet werden. Das heute vorgeführte Gerät sieht die Funktionsweise zur Klärung vor. Das Rückschlagventil ermöglicht die Kontrolle über den Honigfluss. Wenn der Dosierer nicht zur Klärung verwendet wird, verhindert das Ventil das Zurückfließen des Honigs in den Behälter. Das Gerät verfügt über einen Tropfstopp, um das Nachtropfen des Honigs nach der eingestellten Dosierung zu vermeiden, sowie über einen elektronischen Sensor zur Erkennung der Gläser. Für eine perfekte Tarierung des Geräts empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer digitalen Waage, mit der das Gewicht des Glases und seines Inhalts ermittelt werden kann. So können Sie die Abgabe von Honig nach Ihrem Bedarf steuern.